Musik Jetzt ist es noch ein bisschen wild mit der Bauarbeit und alles, aber ich meine, die Skipisten machen auf. Und wir haben eigentlich ein schönes Programm mit dem Adventsprogramm in Lech und Weihnachtsmärkt und so. Vorbereitet sind wir schon, aber der Petrus hilft uns momentan halt nicht. Okay, woran fehlt es denn? Beim Schnee. Es ist ein bisschen schade. Also wir haben uns jetzt auch erhofft, dass das schon so eine Schnee-Idylle ist. Und es ist leider noch ein bisschen grün alles, aber vielleicht wird es ja morgen so ein Wintereinbruch sein. Das, was wir von unserer Seite aus von maschineller Beschneiung her machen konnten, haben wir getan. Wenn es jetzt wieder kälter wird, wie der Wetterbericht sagt, dann werden wir auch weiter noch die Basis beschneien. Und trotzdem denke ich, dass in den nächsten Tagen die angekündigten Schneefälle den Rest tun werden. Beim Mediengipfel freue ich mich ja mal heute Abend auf die Ingrid Thurnherr. Das ist für mich so eine Ikone des österreichischen Nachrichtenwesens und des ORFs. Und auf den Talk mit ihr heute Abend beim Abendessen freue ich mich schon. Das wirklich Außergewöhnliche am Mediengipfel für mich ist, dass herausragende Persönlichkeiten aktuelle Ereignisse ansprechen und diskutieren. Und uns somit das Gefühl geben, wenigstens für einige Stunden im zentralen Geschehen der Welt ein kleines Rädchen zu spielen.